So meine Freunde, ich weiß nicht wie viele von euch diese Waffe hier noch kennen, aber heute geht es um die entfachte Orchidee und das ist eine sehr, 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 sehr alte Waffe, die ich damals selbst komplett versäumt habe zu testen, was mich nach dem Test jetzt ziemlich nervte, die hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ihr seht mein Roll hier, das war damals der Curated Roll, sprich der feste Roll, den man als Masterwork bekommt, wenn man Glück hat, mit Korkenzieher 3, Fallmagazin, Killclip und Toben, bedeutet, wir haben Chance mit dieser Perkombination zu Double Tap mit einer 140er und ich kann euch sagen, die Waffe fühlt sich unfassbar clean an. Ich weiß nicht, was es ist, aber diese Connection von der Waffe ist einfach überragend. Leider muss man sagen, sie hat nur 54 Reichweite und es hat sich auch nach ziemlich wenig angefühlt, aber das restliche Feeling hat es für mich komplett weggemacht, dass ich nicht die höchste Range habe. Und natürlich, wenn ich nach einem Kill nachlade und dann mit Killclip und Toben aktiv habe, die 96 Headdamage, die schmecken ja auch ziemlich gut. Und dann natürlich, wenn ich noch einen Kill mache, habe ich meinen Double Tap, was 106 Headdamage sind, sprich Toben mal 2 plus Killclip ist gleich 106 und damit, egal wie viel Belastbarkeit man hat, ein Double Tap. Schade, dass die Waffe momentan nicht mehr zu bekommen ist, beziehungsweise, dass man sie nicht farmen kann. Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass Bungie diese Waffe hier zurückbringt. Von mir ist auch gerne gecraftet, allerdings habe ich die Befürchtung, wenn sie sie zurückbringt, dann ohne diese Perkombination. Doch das wäre wirklich ein Träumchen, die Waffe, selber zu craften, mit mehr Reichweite, mit der Perkombi. Ich wäre komplett all out dafür, ich hätte so viel Lust darauf. Von daher wisst, wenn euch das Video zu irgendeinem Zeitpunkt gefällt, gerne einen Like zu lassen, Kanal abonnieren oder einfach einen Kommentar schreiben. All das ist für euch komplett gratis und unterstützt mich wirklich sehr. Von daher würde ich sagen, ich habe mir jetzt genug geredet, ab ins Gameplay, let's go. So schnell komme ich nicht dran. Nein! Äh, doch! Ah! No! Noch zu spät! Ich finde aber auch keinen, ne? Ja Mann, 106, da kommt noch mehr links. Wuhu, 117, juhu! Das ist eine 140, gell? Da müsste noch einer sein? Ne, da war noch einer. Ich muss noch einen Nachleiter reinmachen, habe ich vergessen. 77. 96 Headdamage, oh, das macht actually Spaß, what? Noch einer One-Shot da draußen. Oh, das Risiko ist halt nicht eingehen. Oh, danke schön. Wo ist der? 56, äh, 56, ist ein bisschen wenig. Danke. Wie hat er wartet? Oh nein, wir haben eine Mercy-Jole. Ich muss ihn wieder anmachen, ne? Die sind wahrscheinlich zu weit hinten für die Waffe. Aber gut, 35 Damage, ne? Autschi. Ey, 94 mit dem ersten Shot zu machen, ist wild. Ich habe zwar nicht die längste Zeit, wo ich es machen kann. Aber ich will nochmal eine neue Waffe mit so einer Kombi. Vor allem, das ist halt ein Feeling, was ich echt, ich habe sie früher nie gespielt. Okay, zum Grönscher bin ich. Bin man da bei mir, muss ich jetzt allein da rein? Nein, komm nochmal, komm nochmal. Also, du willst mir sagen, ein Step nach vorne und ich mache 12 Damage mehr? Ey, also ich weiß nicht, warum die Connected an das Bild. Dann rede ich wieder, oh mein Gott, und verschieße. Ich muss auf uns ja reden. Das ist, wenn man sich darauf konzentriert, flüssig zu sprechen und dann nicht mehr schießen kann. Ich muss einfach wieder nuscheln, dann ist es nämlich egal. Oh mein Gott! Matze, du hast nicht so viel Bock auf C, oder? Ja, ne, da ist ihr Spawn. Oh, da will ich selbst nicht sein. Komm, nice. Ja gut, mit 49 mache ich da recht wenig. 64 schon eher. Oh, ich habe so meinen Spaß mit dem Ding. Wieso habe ich die früher nicht gespielt, Matze, sag es mir. Oh, ich habe mich gerade in Relive geduckt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich getroffen. Ah, der kommt rechts durch, gefloatet. Genau der. Ich habe mich nachgeladen. Ey, die Connection ist einfach zu wild. Oh mein Gott. Ich habe so viel Spaß. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe Kombi Scheiße gebaut. Ah, ich habe meinen Nate. Wenn ich meinen Nate noch werfen dürfen, wenn ich gefangen bin, habe ich sie alle. Aber ich durfte sie nicht werfen. Oh, SB-Stick. Aua. Ey, das Nachhinein mit dem Nachhinein, der Mod geht es sogar ziemlich schnell. Ich hätte es gedacht. Ja gut, 16 Damaged, wollte ich gar nicht versuchen. Ey, der ganz hinten geht mir 24. 20. Da muss ich noch auf gar. Ist ja nichts mehr. Beim Millicent nicht gut, der ist tot. Das Spawn, auch, wir machen fast alles kaputt. Nooo. Ich hatte noch. Let's go. Ja, da waren die 106 Health Damage. Hey, Matze, mein Schatz. Hast du da Gegner für mich? Wir waren gerade völlig in Anastung. Was sagen, wirst du nach Out of Rentals? Ich hoffe, du kommst mit Forza und dann lässt mich nicht allein. Aber, ja, ich war der Welt, die haben mich viel interessiert. Oh Gott. Ja, ja, kick ich bin tot, mal die drauf. Bin im Potenzial Double Tap. Außer es kommt gegen die Waffe. Noch ein Gegner. Ah, mach's weg. Oh, ich hab auf D-Range noch Full Damage. Sind doch bei B unterwegs. Marzip in den Bubble gestellt. Ich mein, ich hab den zwar, aber ich hab nicht so viel Range. Rechts von uns. Ah, ich hab noch Waffen des Lichts, aber es wird nix. Hilfe. Da. Das Movement hat mich überzeugt. Er hat mich aufplayt. No, ein Stück sind sie früh geschossen. Ich krieg den Kill nicht. Ich brauch Hilfe, eindeutig. Aber nicht bei dem. Bei dem. Danke. Ich durfte nicht slide, man charged und ich crouch einmal. Hey, nice team, Wiz. Uhuhuhu. Beschauen wir nicht. Kill gibt's, glaub ich, auch gleich. Ja, aus. Hat er mich gestickt? Er hat mich gestickt. Anders Monshot. Ich liebe das Feeling von Endcan. Allerdings finde ich keine Gegner, mein Killgip und Toben ausprobieren. Oh, ich bin scheiße. Tot hab ich verdient. Mal Spaß. Ähm, ich hab Toben mal 2 und Killgip, aber kein Gegner, richtig. Wo sind meine Double Debs? Oh, den Tod hab ich verdient eigentlich. Tja, hinter dir ist ein Gegner, ne? Was machst du jetzt, ne? Na? Ha, 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 ha. Ey, ich krieg gleich so Karma-Shell und ich weiß es. Oh, nicht hoch genug, ich bin kacke. Ey, ich bin ehrlich, das Feeling der Waffe ist überragend. Können wir die so mit einem Rework wiederbringen, bitte? Mit der Perl-Kombination? Rathbar? Maybe? Hust, hust! Können wir da? Ich werde das eigentlich wieder früh kommen, früher oder später. Aber wahrscheinlich werden da nie Tag 6 sein. Ah Mann, wenn da keine 6. Aua. Oh mein Gott! Nooo! What a greedy. Nein! Nein, ich habe nachladen. Ich dachte, ich habe gehittet. Och, nö. Komm, 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 komm. Ja, 106 Head Damage. Was? Hilf mir. Links unten. Probier draußen. Ich bin schon bei A. Aber absolut daneben geschossen bei A. Alter, okay, jetzt, 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 ja. Können wir auf und auf den Nahkampf zu gehen, bitte? Angegubi. Kein Ding. Ich wusste nicht mehr, wenn ich aus der Ecke rauskomme. Dann scheint durch mich, musst du es. Oh, ich bin wieder eingeschlaupt. Oh, wir müssen auch wenn so viel Belastbarkeit zu spielen, ich sag's was ist. Oh, oh. Oh, ästlicher. Was mit mir? Nein! Ich misse den Double-Tap. Weil mir einen durch den Screen springt. Nicht verliert für mich, gell. No, komm zurück! Du warst mein Double-Tap! Do not die Whistle. Ich bin auch mit drin, okay? Alles gut, alles gut. Hier geht's wunderbar. Lass mich nicht einreden. Du bist wunderschön. Ich glaub, die haben die Mercy abgewendet, bin mir nicht ganz sicher. 120! Wegen dem Battle-Buff, ne? Ja. Oh! Mir geht's auch gut, alles gut. Ey, das Ding ist halt nach einem Kill, egal was du machst, du hast halt theoretisch einfach eine 120er. Mit 140 Feuerrat. Nein! Ich dachte, der zielt auf Wiz! Oh! Hab die Bubble hier auf C. Ignaz. Jetzt spring doch nicht aus dem Fenster raus, wenn ich grad dich killen will. Was soll denn das? Bruder ist weg. Und da sind zwei drin. Aber ich hab einen. Oh, er ist auch drin. Oh! 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 Woh! Oh! 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 Nein, der spielt zu viel Belastbarkeit für mich. Ja, da ist der Double Tap. Nein, endlich, mehr wollte ich doch gar nicht. Der hatte Bock auf B. Der auch. Ist da noch ein zweiter gewesen? Die Range ist halt echt nichts Besonderes. Aber das Double Tappen oder das allgemeine so viel Damage machen ist so wunderschön. Wieder geredet, alles verkackt. Warte, ich habe ihn. Wir sind zu nah dran. Gerade biss man einem Abschluss auf. Warum sind da drei? Bitte! Melee Connected! Gott! Seine Waffe war zum Glück auch leer. Okay. Ich schieße gerade nur noch Silhouetten. Nein! Nein! Der Stil! Dass die Heavy haben, den will ich nämlich gar nicht. Hey, das ist mein Team. Du bist dein Meg! Ich habe die ganze Zeit fast zu spät erkannt. Ich habe mir geklaut. Ich bin gerade ein bisschen traurig, wie ich treffe. Warum muss er den einfrieren? Ich habe noch nicht eine anlauflich geschossen vorhin. Das ist mir jetzt wunderbar. Oh Gott! Ich bin nur noch, was ich challengen kann. Ich schieße den letzten Shot jetzt gerade immer daneben. Nein, mein Auf-Caller! Nein, mein Auf-Caller!